Wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen für das Gospelkonzert Ende November? Den Chor hat noch nicht begonnen, das beginnt erst am Dienstag und so eigentlich, wenn man noch Lust hat mitzusingen, darf man auch noch sich melden und mit uns mitsingen. Das ist ein Projekt, das nur im November sich findet und ja eben, Dienstagabend fängt es an. Wir haben drei Diensttage und dann ein ganz intensives Wochenende, wo wir proben. Mit was startet ihr normalerweise in die Probe? Gibt es da ein besonderes Aufwärmerritual? Ja schon. Wir singen ein, wie es übrig ist beim Singen, beim Gesang im Chor und vor allem ich versuche spezielle Übungen für das Englisch, für das Gospel bestimmt einzubauen. Ihr habt ja ca. 40 Leute im Chor. War es schwierig, so eine grosse Gruppe zusammenzutrammeln, vor allem hier im Oberwollis? Eigentlich nicht und dieses Jahr ist noch ein Kern von Leuten, die jetzt zum dritten Mal mitmachen. Und dann sind einige, die dieses Jahr keine Zeit haben, aber dafür sind noch welche dazugekommen. Ich bin jedes Mal gestaunt, dass so viele Interesse haben. Kommen wir zum Gesang, mit wie vielen verschiedenen Stimmen die dir singen? Ja, dreistimmig. So Alt-, Sopran- und dann Männerstimmen. Welche Lieder sind persönlich so eure Highlights oder was kann man sich im Konzert besonders freuen? Persönlich, dieses Jahr ist ein Lied, darauf ich mich besonders freue, King of Glory und das Gospel Medley vor allem, wo den Chor wirklich die ganz alten Lieder, was ich eben, ich bin mit diesen Liedern aufgewachsen in den USA und ich blühe auf, wenn ich sie höre.